Applaus 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 Der Starart Express engagiert sich seit vielen Jahren für Kinder in Not. In diesem Jahr unterstützen wir den Red Nose Day und damit den Bau einer Kinderbranche in Herna. Dort erhalten sozial benachteiligte Kinder eine warme Mahlzeit oder Hilfe bei den Hausaufgaben. Zwei von meinen Kollegen werden gleich im Projekt stehen und darum eine kleine Spende bitten. Bitte helfen Sie, jedes Cent zählt. Vielen Dank im Voraus. Kommen Sie bitte nach Hause. Applaus Applaus